Los! Fünf! Ohohoh, Kinders! Was geht schon wieder bei euch? Ey! Wir machen einen neuen Clan-War. Aber, davor muss ich kurz noch meinen Scheiß sammeln. Ah je, das fühlt so gut, je. Es ist Clan-War-Zeit. Also, pass mal auf. Ich hab hier wieder meine Liste. Alle Leute, die sich auf YouTube gemeldet haben, stehen hier drauf. Und es beginnt. No, no, no. So, Grabschi hat sich gemeldet. Wolfi. Spunsch. Fuzzy-TV hat sich auch gemeldet. Oder Fuzzy-TV, wie die coolen sagen. It's Ventax. Mir ist auch im Start. Ich brauche auch mit. Captain Huensohn, äh, nein. Downtown ist im Start. Lenny, nein. Loll ist auch mit am Start. Die Kustel macht auch mit. Hunter hat sich auch gemeldet. Schwuppdiwupp. So, das wird ein Zehn-Mann-Krieg. Ähm, zwei Leute kann ich nicht hinzufügen. Und zwar, äh, Juli 2011. M, glaub ich noch. Und Smash. Ihr heißt In-Game nicht so. Keine Ahnung, wie ihr In-Game heißt. Was soll ich machen, Mensch? Ich hab doch extra noch im Video gesagt. Sagt bitte euren In-Game-Namen dazu. Ihr seid mir wirklich richtige Füchse. Bitte in Zukunft immer euren Namen dazu schreiben. Also euren In-Game-Namen. Ich dachte, dass Smash und Juli 2011 und so. Ihr heißt sicherlich dann hier so, wie ihr auf YouTube heißt. Aber nein. Anscheinend nicht. Dann haben wir noch Julian. Wie könnte Smash heißen? Wie könnte Smash hier heißen? Oh, ist das vielleicht Juli? Julian, Juli? Ich weiß. Äh, keine Ahnung. Naja, dass eben genau sowas nicht entsteht. Bitte einfach euren Namen dazu schreiben. Oh, vielen Dank, Hunter, für deine Level-2-Riesen. Die werde ich gleich nutzen, um uns hier geschickt einsetzen hier. Beim Angriff auf den Feind. Wir warten noch kurz auf die Trulla hier. Ja, hier we go. Wie er schon so'n König hat. Na klar. Ich hätte auch kein so'n König. Ist aber schweineteuer, so'n Kerl. Ist schweineteuer. Na, das sieht doch mittelmäßig gemütlich aus, oder? Hier. Guck mal. So und so. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Und die geile Kampfmusik ist so laut. Direkt mal runterdrehen. Ab doch mal, wie laut das ist. Warum ist das immer so laut? Ah, ah. So, die ganzen Trulla sind wir weggeklatscht. Die haben nämlich ordentlich genervt, weißt du? Oh, Leute. Es ist nicht gut, wo lange jeder geht. Oh, das sieht aber nicht gut aus, ne? Sieht gar nicht gut aus gerade. Also, ein Sieg wird's auf jeden Fall, aber überhaupt kein guter. Das gefällt mir gerade gar nicht. Wisst ihr, ich bin eigentlich immer auf 100% aus. Ah, wohl, es sind nur noch die zwei Einheiten da unten. Komm. Es geht noch. Das sind die 100% nämlich auch meine. Ha. So, zeitlich könnte es jetzt eng werden. Aber gut, mit zwei Magiern, die kloppen ja ordentlich was weg. Ob das 100% werden, so lahm wie die sind. Man kann es nur erahnen. Oh, ho, ho. Scheiß die Wand an. Jetzt ist sogar noch ein Priest weggeballert, beziehungsweise ein Mage. Es ist eben noch in die Luft geflogen. Oh, da ist der zweite Luft geflogen. Oh mein Gott, das wird nichts mehr. Sind auf keinen Fall 100%. Die sind viel zu lahm. Schade. Es werden nur noch die drei Gebäude. Leider keine volle Zerstörung, so wie die hier rumschleichen. Also, guck mal, da ist ja noch was. Ach Gott, geh mir fort. Und ich bin mal ganz sicher, dass hier noch eine Bombe liegt. Hier oder hier. So ein bisschen versteckt. Ah, da wird jetzt vielleicht auch noch was. Komm schon. Rennt, 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 rennt. Hopp. Los. Fünf. Vier. Oh mein Gott, da wird es noch weggeschossen. Scheiße, nur wegen dieser einen. Ist es nicht voll geworden? Oh Mann. Aber naja, komm. Oh, wir haben einen Klankrieg. Ich habe einen Krieg angezettelt. Schauen wir uns die Dödel mal an hier. Ja, wo sind sie? Ha! Lächerlich! Könnte easy werden. Okay, da müssen wir dann auf jeden Fall schon mal ein bisschen hier Ressourcen. Ich meine, Leute. Ah, die sind ja alle schon in der Mache. Läuft also hier. Ich hätte gerne langsam wieder so einen Bauknilch frei, damit ich noch meine Mauern aufleveln kann. Aber der nächste ist erst sechs Stunden fertig. Ich glaube, da liege ich schon längst im Nest. Aber ich würde sagen, aber ich würde doch sagen, dieses Mal. Ich bin mir ganz sicher. Können wir irgendwie anschauen, was die für, was die für, was haben die hier? Was sind die für ein Rang, Level, Kriegsdetails? Hier sind sie. So. Guck mal, Apparatus, Level 47. Ich meine, mir ist schon klar, dass ich da mit dem Spielelevel meine. Aber hier steht Apparatus, Level 7 oder Apparatus, Level 40. Die können doch nur schlecht sein. Die können doch schlecht sein, oder? Und jetzt vergleich ich einfach mal die Dinger. Aber guck mal, hier, was die für ein Scheiß-Shit. Und hier, Alter, Pimmelnasensalat. Klein-Videos hier. Bumm, das bringt es auf den Punkt. Da weiß jeder, wie der Hase läuft, Mann. Kann ich jetzt irgendwo noch den in ihren Rang sehen oder sowas? Was für ein Level sind die vom Clan her? Ist das hier das Level? Nee, ist das nicht. Das sind irgendwelche Pokale. Ach, guck mal. Die haben auch noch keine Kriege gewonnen. Ist schon mal gut. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.